Und los. Und los. So Ladies and Gentlemen, einen herzlichen Willkommen. Das war nicht deutsch. Das war nicht deutsch. Kann man nochmal hören? Auf jeden Fall. Ja. Ich komm jetzt rein. So, einen wunderschönen guten Tag Ladies and Gentlemen. Herzlich willkommen in der Holly Hall. Heute wird sich das Video mal wieder um Fabians, oder endlich mal um Fabians Cayman drehen. Wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt unsere Stoßstangen schon mal dran montiert. Vorne. Als auch hinten. Und haben hier auch schon mal so ein bisschen gespoilert. Ja. Also die Stoßstange, oder die Stoßstangen generell vorne wie hinten. Wenn man da was anständiges kriegen will, was optisch schön aussieht, kriegt man leider nur GFK Stoßstangen. Und ihr wisst natürlich alle, die Verarbeitung von GFK Stoßstangen lässt meistens zu wünschen übrig. Und deswegen wird es sich in diesem Video um die Anpassungsarbeiten von solchen Stoßstangen drehen. Wie man jetzt zum Beispiel hier an der Heck Stoßstange sehen kann, passt jetzt zum Beispiel der Spalt zum Seitenteil nicht. Diese Ecke ist extrem abfallend. Und wir haben hier einen großen Spalt dazwischen. Und dann gehen wir nochmal zur vorderen Stoßstange. Dann haben wir jetzt hier zum Beispiel die Übergänge zum Kultflügel. Das ragt hier extremst hervor. Oder wir haben hier einen kleinen Luftspalt zwischen der Stoßstange und dem Kultflügel. Das muss jetzt zum Beispiel aufgefüllt werden. Aber das Hauptproblem an der vorderen Stoßstange ist, dass wir einen extremen Spalt Richtung Motorhaube haben. Wie man jetzt hier sehen kann. Da kriege ich jetzt hier schon fast den Finger rein. Wir haben das jetzt schon probiert mittels Gewalt hier nach hinten zu drücken und dann anzuschrauben. Funktioniert dann auch. Passt der Spalt auch einigermaßen. Allerdings ist die Stoßstange dann so sehr auf Spannung, dass sich hier dieser Lufteinlass schon leicht anfängt zu wellen. Und das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen werden wir hier auch nochmal Material aufbauen. Und wie wir das machen, zeigen wir euch jetzt. Aber vorher bauen wir jetzt erst die Stoßstange nochmal ab. Denn wir werden bis an diese Kauserie-Teile hier nochmal schön aufspachteln. Das heißt, wir werden jetzt erstmal die komplette Kauserie mit Klebeband versiegeln oder abkleben, dass uns da keine Spachtelmasse dran kommt. Dann werden wir natürlich die entsprechenden Stellen, die wir jetzt bearbeiten wollen, vorher nochmal anrauen. Und das Ganze dann neu spachteln, laminieren, wie auch immer. Wenn wir die Stoßstange jetzt abhaben, werden wir aber noch diese ganzen Halter erst nochmal einpassen. Wenn man jetzt hier in der Ecke sehen kann, als auch hier hinten sind noch diverse Halter in die Original-Stoßstange eingeniedelt, die wir jetzt an unserer GFK-Stoßstange noch nicht dran haben. Deswegen werden wir das auch alles nochmal umbohren, bauen, schrauben, neben müssen. Der Fabian baut jetzt mal die Stoßstange ab, ich geh jetzt erstmal was essen und gleich geht's weiter. So, Ladies in Channel Man, wir haben die Stoßstange abgebaut. Hat's denn eigentlich geschmeckt? Schmeckt tatsächlich gut. Ja, was gab's denn eigentlich? Bockwürstchen, Brötchen und so ein bisschen Gemüse aus dem Backo. Nicht so mein Fall, aber Hunger hat's reingetrieben. Ja, der Fabian hat jetzt schon mal hier weitestgehend die Karosserie abgeklebt. Mit Tesafilm oder mit etwas breiteren Tesafilm. Packband. Packband, ist das noch hier? Ja, hier ist es. Das hat der Fabian aus folgenden Grund gewählt, weil wir könnten jetzt natürlich auch hier herkömmliches Kreppband oder so nehmen. Allerdings löst sich von diesem Tesafilm am besten die Spachtelmasse wieder ab, weil wir wollen ja keine Verbindung jetzt zum Beispiel mit der Haube oder mit dem Kotflügel eingehen. Deswegen hat der Fabian jetzt hier Tesafilm aufgesetzt und hat das dann nochmal verkleidet mit Kreppband. Genau. So alles. Ja, aber warum hast du das nochmal mit Kreppband bearbeitet? Falls uns der Spachtel mal so umher fliegt oder so, weißt du? Als Schutz, dass das jetzt hier nicht so, weil wir jetzt, wenn wir jetzt hier umher schmieren, dass da nichts auf die Haube geht. Weil du das so akkurat gemacht hast hier, wäre ja eigentlich gar nicht möglich gewesen. Ja. Du hast dir wieder Mühe gegeben, oder? Ja. Weil das Tesafilm, das klebt ja mindestens auch bis hier, wenn du das jetzt hier einfach kreuz und quer abgeklebt hättest, wäre es auch gut gewesen, oder? Oder ich setze da an und ziehe es einfach bis da rüber. Ja. Ja, da kommt heute der Modellbau-Probie wieder durch. Ja. So, ja, dann hat der Fabian hier die ganzen Kasten, die wir jetzt auf- oder anspachteln wollen, hat er jetzt natürlich auch schon mal angeraut. Und ich habe derweil schon mal diese originalen Stoßstangenhalter aus der Stoßstange ausgebohrt. Die haben wir jetzt hier liegen. Ich gucke gerade mal, ob das die richtige Seite ist, die ich jetzt habe. Ja, das müsste sein. Ja, die sitzen normalerweise, wie schon gesagt, hier hinten so in der Stoßstange drin, sind dann hier mit einem Need befestigt und gehen sozusagen mit dem Kotflügel an dieser Verbindung eine Verbindung ein. Ja, das kommt jetzt an der Stoßstange, guckt das jetzt quasi raus, führt sich dann hier in den Kotflügel und von hinten wird hier eine Klammer reingeschoben, die dann quasi hier Stabilität reinbringt oder das Ganze miteinander verbindet. Ja, das haben wir natürlich hier an unserem GFK-Stoßstand nicht dran. Allerdings haben wir Gott sei Dank schon mal, weil die das ja damals laminiert haben, so eine Art Abdruck von diesen Teilen da. Da hat man jetzt zum Beispiel von den alten Nieden diese runden Abdrücke gesehen. Da habe ich jetzt natürlich auch genau in die Mitte des Lochs reingebohrt und habe hier drüben schon mal die Geschichte vorbereitet. Wir haben jetzt einfach hier mit so einem Luftdremel sozusagen das Loch reingearbeitet, haben jetzt hier quasi auch das Viereck abgezeichnet. Da gehen wir dann einfach mit unserem Dremel rein hier und fahren uns dann nach und nach die Kanten schön entlang, bis wir dann dieses wunderschöne Viereck, was ich jetzt hier schon vorbereitet habe, haben. Habe haben. Habe haben. Und dann haben wir aber durch diese, ja sag ich mal, diese GFK-Auftrag haben wir natürlich hier ein stärkeres Material als diese Kunststoff- oder ABS-Schlossstange. Deswegen musste ich dann auch noch zusätzlich hier hinten ein bisschen Material mit unserem Fräser rausnehmen, um ungefähr auf dieselbe Stärke zu kommen, weil wir natürlich mit diesem Teil hier weit genug nach außen kommen müssen, damit diese Nut hier frei wird, damit wir natürlich auch unsere Klammer seitlich dann hier aufschieben können. Ja, habe dann hier noch so eine kleine Einkerbung reingefräst, wo hier diese originale Nase reingesetzt wird. Hier das Loch stimmt jetzt auch überein, das werden wir uns jetzt hier annieden und dann können wir die Stoßstange wieder anbauen und mit dem Arbeiten beginnen. So machen wir das. So, die Stoßstange haben wir jetzt wieder dran gebaut und haben jetzt auch schon mal ein bisschen die Konturen hier nachgeschliffen. Hier an der Stelle zum Beispiel hat die Stoßstange ein bisschen über den Kotflügel drüber geragt. Hier wiederum ist ein bisschen zu weit drinnen. Am krassesten sieht man das jetzt zum Beispiel hier vorne an der Ecke, also die Stoßstange hier und überall ist perfekt ausgerichtet. Also auch hier liegt sie überall schön an und hier haben wir einen riesen Luftspalt. Das kriegen wir natürlich auf keinste Art und Weise vermittelt, deswegen müssen wir das Ganze jetzt auffüllen. Ja, wie gesagt, der Fabian hat das hier abgeklebt. Wir haben auch hier drüben die Seite schon mal so ein bisschen beigeschliffen, dass hier der Übergang einigermaßen stimmt. Und den Rest werden wir uns jetzt ganz normal mit einer Glasfaserspachtel auffüllen. Und da kommen wir auch schon zu unserem Hauptproblem, das Spaltmaß zur Haube. Ja, wir haben jetzt die Haube hier einmal komplett geschlossen und haben uns dann jetzt hier quasi das Spaltmaß, das Original Spaltmaß genommen. Das sind ungefähr so drei, vier Millimeter und deswegen hat der Fabian jetzt hier uns ein paar Wachsplatten besorgt. Nehmen wir im Modellbau immer, ne Fabian? Ja, das Ganze sieht so aus. Haben wir uns jetzt dementsprechend in Streifen geschnitten. Eine Platte war jetzt 1,5 Millimeter stark, somit haben wir einfach zwei übereinander geklebt, um auf die drei Millimeter zu kommen. Ja, und das Ganze hat hier auch eine selbstklebende Seite und das Ganze haben wir jetzt quasi in den Spalt eingefügt und mit der klebenden Seite an die Kontur der Haube geklebt. Somit haben wir jetzt hier noch einen Spalt frei und dieser Spalt wird jetzt auch wiederum aufgefüllt mit Glasfaserspachtel. So haben wir natürlich eine perfekte Rundung zur Haube, haben hier unseren perfekten Spalt von drei Millimetern frei und können uns das jetzt einfach aufspachen. Mega easy. Ja, hier das restliche Stück müssen wir jetzt natürlich nach hier drüben noch auffüllen mit unserer Wachsmatte und dann geht's ans Spachteln. Solche Stellen jetzt hier zum Beispiel, wie man jetzt hier sehen kann, passt jetzt natürlich hier absolut der Übergang nicht zum Kotflügel, gell? Aber wir werden das jetzt vorerst mal hier diese komplette Fuge aufspachteln und dann im Nachgang, wenn wir die Spachtelmasse hier sowieso schleifen zum Übergang zum Kotflügel und so, werden wir uns das hier noch schön flächig beifräsen. Ja, Wachsmatte noch rein und dann Spachtelmasse. So, zu unserer Spachtelmasse. Spachtelmasse ist eigentlich ganz normale Spachtelmasse. 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 Stange eigentlich aus Glasfaserspachtel, Fabian, ne? Ja, und machen wir natürlich auch oder aktivieren das Ganze auch wie herkömmliche Spachtelmasse. Wir nehmen da ungefähr die Menge, die wir benötigen für die ganze Aktion. In den meisten Fällen 75% mehr, wie wir eigentlich brauchen. Und machen das dann mit Pi mal Daumen 3% härter auf die gesamte Masse an oder aktivieren das. Das ist meistens auch ein bisschen mehr als 3%. Das ist meistens auch ein bisschen mehr. Ja, reicht uns das hier, um da hier was rein zu quaken, ne? Ja, kann man schon. Stück für Stück. Das hat man so ein Gefühl als Modellbauer, HZ-Lackierer, oder Fabian? Wie viel man härter da braucht? Ich mache aber keine 3%. Was denn? Also schon 5%. 5%? Ja, siehst du mal, da wird es richtig hart. In der Kuchenbäckerei gibt es immer natürlich Leckerei. So, das Ganze natürlich auch immer richtig schön vermengen. Ja, was wirst du denn anderes Wort? Also richtig schön, hätte ich jetzt nehmen sollen. Richtig schön vermengen und miteinander vermischen. Ansonsten habt ihr natürlich dann gewisse Stellen, die vielleicht nicht richtig durchhärten könnten. Und es gibt dann im Nachhinein richtig große Probleme. Seht ihr jetzt auch schon beim Verrühren, wie hier die ganze Masse so in sich mitgeht durch die Fasern. Das hast du normalerweise bei herkömmlicher normaler Spachtelmasse nicht. Wir Deutschen mögen das eigentlich nicht so sehr. Das ist eher so die Spezialität von unseren polnischen Kollegen. So Klaasfaserspachtel, wenn ihr wisst, was ich meine. Allerdings finde ich das jetzt nicht schlimm, sowas zu nutzen oder zu nehmen. Auch wenn man jetzt irgendwelche Unfallschäden macht. Zum Beispiel eine Seitenwand, die man nicht hundertprozentig ausgebeult kriegt. Regt man dann meistens auch sowas auf, um dann erstmal die entsprechende Delle zu füllen. Und dann dementsprechend dann mit feinerer Spachtel da ein bisschen Fläche reinzukriegen. Also das Material ist eigentlich schon sehr sehr gut. Ihr müsst das dann immer nur genug und richtig schön heizen. Ansonsten kann es natürlich passieren, dass dann Wochen nach der Lackierung das Ganze ein bisschen in sich zusammensackt. Ansonsten ein sehr schönes Material. So, das müsst ihr jetzt auch langsam erreichen hier. Ist nicht gleich hart. Unser Spachtelmasse? Ne, ist nicht gleich hart, weil wir haben nämlich nicht gerade die wärmsten Temperaturen. Und da kommt es natürlich auch drauf an. Desto kälter hier die ganze Geschichte ist oder die Raumtemperatur, desto länger braucht es natürlich auch, um hart zu werden. Wenn wir jetzt hier 40 Grad im Schatten hätten im Sommer oder so, dann müssen wir uns da schon recht zügig ranhalten. Ja, dann nehmen wir hier einfach unsere Plastikspachtel und ich habe mir zusätzlich auch noch Gummihandschuhe angezogen, falls wir mit der Hand irgendwas nachjustieren müssen. Und quacken wir uns das jetzt mal hier in unseren Spalt rein. Das muss jetzt auch nicht hundertprozentig bis runter sein. Hauptsache oben die Kante passt, weil wenn wir uns nachher die Stoffstange wieder abbauen sollten, können wir dann dementsprechend unten den fehlenden Spalt, wo jetzt noch keine Glasfaserspachtel ist, auffüllen. Ja, ich würde sagen, der Fabian bewaffnet sich jetzt erstmal mit Handschuhen und unterstützt mich hier noch ein bisschen, oder? Mhm. Wir sehen uns dann gleich, wenn ich hier fertig bin mit meiner Schmiererei. So, wir haben die Spachtelmasse. Hunger. Genau. Haben die Spachtelmasse jetzt aufgezogen und ist jetzt mittlerweile schon hart geworden. Und der Fabian hat jetzt mal eben hier diese Wachsplatte entfernt, die eine. Und wie man sehen kann, haben wir jetzt ein wunderschönes gleichmäßiges Spaltmaß. Perfekt, ne? Mhm. Ja, hier die ganzen Übergänge haben wir uns jetzt auch schon mal gespachtelt und wir können das jetzt quasi auch schon mal schleifen. Also am Auto schleifen, dass wir wirklich hier eine perfekte Ebene haben. Da zerstören wir jetzt auch den Kotflügel nicht oder verkratzen den, obwohl das nicht schlimm wäre, weil wir das ganze Auto eh lackieren. Können da jetzt schön drauf und her schleifen, weil wir schleifen ja auf dem Kotflügel jetzt auch erstmal nur die Spachtelmasse an. Können wir natürlich so weit treiben, bis wir das erste Mal hier das Klebeband berühren. Aber zur Sicherheit können wir uns hier auch nochmal zwei, drei Klebebänder mehr ziehen und schleifen uns dann jetzt mal einen perfekten Übergang. Mhm. Das heißt jetzt hier also schleifen, schleifen, schleifen. Als auch hier an der Haube. Was ich noch sagen wollte, bevor uns unser Akku unterbrochen hat, wir kleben uns jetzt natürlich hier auch überall schön nochmal Klebeband hin. Und dann können wir uns quasi schön einen Übergang zu unserer Haube schleifen. Mhm. Ja. Wenn wir dann damit fertig sind mit dem ganzen Beischleifgedöns und so, dann melden wir uns nochmal und dann können wir die Schufstange abbauen und dann werden wir uns dann noch schön die Kanten brechen. Bis gleich. So. So. Das ist genau mein Wort, Fabian. Ja. Wir haben uns jetzt hier mal den Übergang einigermaßen beigeschliffen. Und wie man jetzt hier sehen kann, in dem Bereich, wo der Spalt vorher offen war, wo wir jetzt unsere Glasfaserspachtel reingezogen haben, hat sich die Faserspachtel auch schon wieder ein Teil gesetzt. Als auch, wenn du natürlich so dicke Spalte aufziehst, zieht sich das, wenn man dann mit dem Finger langfährt oder so, auch immer teilweise wieder raus. Aber die Kante hier hinten steht auf jeden Fall schon mal. Deswegen werden wir jetzt erstmal ganz normale Spachtel nehmen und werden uns jetzt erstmal hier diesen Übergang oder diese kleine Mulde noch ein bisschen auffüllen. Als auch hier vorne die Rundung nochmal so ein bisschen mitnehmen mit Spachtelmasse, dass wir uns das wirklich nach unseren Wünschen perfekt in Form bringen können. Ja, hier an den Seiten zum Beispiel sieht man das jetzt auch nochmal schön. Hier in dem Spalt ist jetzt noch nicht genug Spachtelmaße vorhanden. Deswegen, wir wollen jetzt wirklich Kerzen gerade hier einen Übergang haben. Wir wollen das dann vom Fahrzeug trennen und müssen dann lediglich nur noch diese Kerzen gerade Kante ein bisschen mit dem Schleifbrück hier brechen. Und dann haben wir wirklich ein Spaltmaß des Todes. Ja, deswegen machen wir da jetzt erstmal ganz normale Spachtel rein noch in die feinen Rillen und Poren. Und das wird dann nochmal geschliffen und dann nehmen wir die Stoßstange mal ab. So, Ladies and Channel Man, wir haben die Stoßstange jetzt abgebaut und haben sie auch schon soweit vorbereitet, dass sie jetzt eigentlich fertig ist zum Füllern. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben ja die Spaltmaße jetzt oben angepasst, konnten das dann auch wunderbar entfernen wieder von diesem Klebeband. Und hatten da jetzt, wie man jetzt hier sieht, die Glasfaserspachtel an der Kante stehen und haben das jetzt noch hier aufgefüllt mit Richterspachtel. Sozusagen diese ganzen Poren, die da drin waren, Übergänge und so weiter. Ich habe jetzt hier auch schon mal so ein bisschen die Kante gebrochen. Wie man jetzt zum Beispiel hier sehen kann, ist die Kante jetzt halt extrem spitz. Ja, hier hinten haben wir ja von hier oben die Faserspachtel reingedrückt und haben hier natürlich hier unten, war das dann auch noch geöffnet. Deswegen haben wir das jetzt im Nachgang auch mit normaler Spachtel Masse nochmal aufgefüllt und dann auch dementsprechend beigeschliffen. Dann haben wir, weil so eine Glasfaserstoßstange ja natürlich immer so porrige Löcher hat und so, das Teil natürlich komplett kontrolliert auf diese porrigen Löcher und haben die schon mal vorsorglich zugezogen. Jetzt suchst du Löcher? Hä? Jetzt suchst du Löcher? Jetzt suchst du Löcher, jetzt finde ich keine. Ja, das sieht man sowieso schlecht aus diesem hellen Untergrund, wenn wir jetzt unsere helle Spachtel mal so reingezogen haben. Ja, und dann haben wir natürlich auch nochmal Fläche reingebracht. Wie ihr wisst ja natürlich alle, dass die Teile extremst wellig sind von der Oberflächenstruktur. Deswegen hat der Fabian hier mit einem Schleifbrett, ist der hier mal so großflächig über die Flächen gegangen, um das einigermaßen zu begradigen. Allerdings ist das jetzt in dem Zustand noch relativ schwierig. Richtig schön glatt kriegen tun wir das Ding erst, wenn wir das so ein, zwei mal gefüllert haben. Ja, wie man jetzt hier gesehen hat, ist man auch schon durch diese obere Schicht, die da immer so drauf gespritzt ist, durchgeschliffen und dann kommen natürlich hier diese ganzen Poren durch. Das müsst ihr euch unbedingt vorm Füllern auch noch einigermaßen mit Spachtelmasse zuziehen, weil der Füller allein kann das nicht füllen. Man kann dann aber auch im Nachgang, wenn das Teil gefüllert ist und man eine einheitliche Farbe hat, sieht man natürlich überall diese ganzen porrigen Löcher, die dann überall zum Vorschein kommen, sieht man natürlich besser als mit diesen zig Farben, die jetzt hier drauf sind. Natürlich. Natürlich. Und kann das dann entsprechend nachbehandeln. Ja, das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist diese Kanten hier zu brechen. Wir haben jetzt hier vorne eine wunderschöne Fläche zur Motorhaube geschliffen und haben das hier hinten schön beigeschliffen. Und jetzt haben wir hier natürlich eine extrem spitze 90 Grad Kurve oder Kante. Natürlich. Und deswegen müssen wir das Ganze noch brechen, weil original haben wir natürlich auch nicht so scharfe Kanten. Wenn man das jetzt hier zum Beispiel an der Stuhlstange sehen kann, sind die hier schön abgerundet. Und hier ist das noch kerzengerade. Deswegen nehmen wir uns jetzt hier einfach 240 Schleifpapier und fahren jetzt hier nochmal so die Kanten entlang. Auch nur so ganz gleich. Das geht relativ schnell weg und sieht sozusagen besser aus wie original jetzt wahrscheinlich, wenn das am Auto dran hängt. Weil das ja wirklich auf das Fahrzeug mit der Einstellung der Kurveflügel auf das Fahrzeug angepasst worden ist. Da müssen wir nachher die Kurveflügel nur wieder so einstellen, wie sie waren Fabian. Weil die müssen ja auch runter zum Lackieren. Ja, da würde ich sagen, brechen wir jetzt die Kanten und dann stecken wir das Teil nochmal ans Fahrzeug dran. Ich hab mich mal schnell umgezogen, ne? Fabian, ne? Neuer Tag, neues Glück. So, wir haben jetzt dem... Was? Jaja, viel Glück. Viel Glück, oder? Wir haben jetzt dem Fabian seine Stuhlstange wieder dran gebaut und wie man sehen kann, ist das Spaltmaß hier wunderschön geworden. Hier vorne an der Haube, als auch am Kotflügel, als auch hier seitlich am Kotflügel, haben wir das jetzt perfekt angepasst. Ja, was wir jetzt noch gemacht haben, ist dem Fabian seine Spoilerlippe hier unten demontiert, weil die auch aus GFK ist. Und ich geh mal davon aus, wenn wir damit irgendwo wirklich mal davor fahren sollten, zersplittert das Teil wahrscheinlich in tausend Teile. Deswegen haben wir jetzt erstmal die originale Lippe bestellt, weil die natürlich aus ABS ist und einiges mehr aushält, als eine Lippe aus GFK. Zudem ist diese auch scheiße angepasst hier an der Seite und wenn das jetzt mal hier so dran hält, würde das dann quasi im Endeffekt so aussehen. Und das ist ja nicht so schön, weil die Rattenschale geht wirklich hier dahinter lang, würde dann hier so ein bisschen stehen und die ganze Geschichte wäre jetzt hier sozusagen frei. Theoretisch, die originale Lippe verläuft dann hier so ein bisschen schräg und geht dann hier unten wieder rein, sodass das hier unten alles abgedeckt ist. Wäre jetzt mega aufwendig, wenn wir uns dieses Stück hier auflaminieren würden und so in Form bringen würden, dass das Ganze abgedeckt ist. Und deswegen haben wir außerdem noch die originale Lippe bestellt, weil das bei der originalen Lippe schon so ist. Deswegen müssen wir jetzt warten, bis die originale Lippe mit der Post kommt, um dann eventuell die Stoßstange an sich noch ein bisschen der originale Lippe anzupassen. Ja, im Prinzip war es das eigentlich schon von unserer Stoßstangenanpassungsarbeit. Ich kann das ja nochmal schnell mit euch durchgehen, worauf ihr achten müsst, wenn ihr sowas kauft. Also ihr wisst ja alle, dass das ziemlich unschöne Teile sind manchmal GFK-Stoßstange. Worauf wir immer achten ist, dass möglichst alle Teile einzeln sind, weil die Stoßstange zum Beispiel kriegst du auch noch im komplett zusammengebauten Paket. Da ist sozusagen die untere Lippe schon hier mit dranlaminiert. Das ist natürlich nicht so schön, wenn ihr jetzt irgendwo davor fahren solltet und diese Lippe da unten zerbrochen ist, müsst ihr jedes Mal die Stoßstange erneuern oder die Stoßstange reparieren. In dem Fall ist es so, wenn wir die untere Lippe kaputt gefahren hätten, hätten wir die untere Lippe repariert oder ausgetauscht und damit wäre der Fall erledigt. Zudem ist es halt immer dem Original am nächsten, wenn halt wirklich alle Teile einzeln sind, die original auch einzeln sind. Was jetzt hier nicht einzeln ist, ist wirklich dieser Grilleinsatz. Der ist in die Stoßstange mit eingelassen, leider Gottes. Das werden wir uns dann aber auch beim Lackieren dann möglichst genau hier in dieser Kante abkleben und werden das dann schwarz-matt lackieren, damit es dann wirklich original den Anschein hat, als wenn das wirklich so ein Plastikgitter ist, was hier eingesetzt ist. Ja, dann zur Bearbeitung von solchen Sachen. Wie gesagt, ihr müsst halt komplett die Flächen immer begradigen, weil die Teile immer etwas wabbelig und unschön von der Oberfläche her sind. Und wenn ihr das dann soweit vorbereitet habt, wie wir das jetzt gemacht haben und die Stoßstange füllert, dann auf jeden Fall, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, die irgendwie einzubrennen oder zu trocknen, auf jeden Fall vor der letzten Bearbeitung nochmal eine Trockenkabine legen bei 60 Grad oder so. Weil sich dann diese ganze Geschichte durch die Temperatur auch nochmal schön setzt und ihr gewährleistet habt, dass ihr nach dem Lackieren, wenn das Ding dann das erste Mal in der Sonne steht, nicht im Nachgang nochmal extrem wellig wird. Wir werden da jetzt sowieso erstmal so zwei, drei Füllerschichten machen. Das heißt, wir werden das Teil jetzt erstmal füllern, um zu sehen, es sind noch irgendwo Poren. Die werden wir dann noch nachträglich aufspachteln, werden dann nochmal Fläche reinschleifen mit etwas gröberem Schleifpapier und dann zum Nachgang werden wir sie nochmal fein füllern und dann vorbereiten zum Lackieren. Ja, bevor wir sie lackieren, werden wir sie natürlich zwei, drei Mal noch in die Trockenkabine legen, um schon wie gesagt zu verhindern, dass das Teil sich im Nachgang nochmal unschön verformt. Ja, das war's eigentlich dazu. Falls ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet dazu, zur Bearbeitung von diesen GFK-Stoßstangen, könnt ihr das ja in die Kommentare nochmal reinschreiben, weil wir machen ja noch mehrere Videos jetzt von der Action hier und dann kann ich das in den folgenden Videos dann auch nochmal beantworten. Ne, Fabian? Mhm. Klemens ist eben auch dazu gestoßen, ne? Ich hab nochmal eine Frage. Hast du nochmal eine Frage? Hast du jetzt schon die feste Stoßstange, oder das ist immer noch die Wabbelie? Kennt ihr den Spruch? Hast du jetzt endlich eine feste Freundin, oder immer noch die Wabbelie? Das war so eine kleine Hommange daran. Mhm. Sagt man das so? Ich weiß nicht. Hommange eigentlich, nicht Hommange. Hommange. Ja, ne? Wir machen was. Mach ich jetzt. Also, das war's hier zu unserem Video GFK-Stoßstange anpassen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet bald wieder ein. Wir machen jetzt hinten weiter mit unserem Spoilerbau. Bis später. GFK-Stoßstange an, die soll ja nochmal richtig sein werden!!! Chaltet bald wieder ein bisschen nach dem